Wir feiern jetzt den Nikolauswald. Ich hoffe, ihr habt das schon gespürt. Und jetzt kommen wir zu einer etwas weihnachtlichen Zeit. Das ist ein romantischer. Das ist eine Christenlicht. Wirkt ein wenig enger. Noch enger. Das kann nicht ein Glück sein. Aber seid nicht traurig. Guckt ein wenig fröhlich. Was ist das? Das ist ein wenig fröhlich. Das ist ein wenig fröhlich. Das ist ein wenig fröhlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020